Sehr geehrte Waldbesitzerinnen, sehr geehrte Waldbesitzer, heute möchte ich Ihnen eine neue Informationstafel der Landwirtschaftskammer Oberösterreich präsentieren, auf der ersichtlich ist, was im Wald erlaubt ist und was man besser bleiben lässt. Den Wald zur Erholung zu besuchen ist ja bekanntlich erlaubt. Viele Leute meinen allerdings, dass damit jegliche Art der Erholung gemeint ist. Ich habe Ihnen ein Exemplar der Tafel hier neben mir mitgebracht. Die Tafel besteht aus Alu, sie ist ca. 119 x 84 cm groß und kann zum Preis von 35 Euro gegen Selbstabholung in jeder Bezirksbauernkammer sowie in der Landwirtschaftskammer in Linz erworben werden. In den folgenden Sequenzen möchte ich Ihnen einige Details der Tafel zeigen und bei dieser Gelegenheit einen Überblick über die Rechtslage geben. Im Wald darf man beispielsweise sich erholen, wandern, laufen gehen oder die Waldluft genießen. Befristete forstliche Sperrgebiete im Zusammenhang mit der Holzernte sind zulässig, bis die Waldarbeiten abgeschlossen sind. Für eine befristete Sperre von mehr als vier Monaten ist eine behördliche Bewilligung erforderlich. Wichtig ist, dass auch die Dauer der Sperre korrekt mit Tag, Monat und Jahr angegeben ist. Bei Sperren aufgrund von Waldarbeiten muss zusätzlich das Schild Gefahr durch Waldarbeit angebracht sein. Jungwald, dessen Bewuchs weniger als drei Meter aufweist und Holzlagerplätze dürfen nicht betreten werden. Eine spezielle Hinweistafel braucht es dazu nicht. Das Reiten und Radfahren im Wald ist nicht erlaubt, sofern nicht der Waldbesitzer bzw. der Vorstraßenerhalter seine ausdrückliche Zustimmung erteilt. Bei einer ausdrücklichen Kennzeichnung eines Weges als Radstrecke oder Reitweg brauchen Reiter oder Radfahrer nicht um Erlaubnis zu fragen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die LK Broschüre Mountainbiken und Radfahren im Wald verweisen. Darin sind auch entsprechende Mustergestattungsverträge zu finden. Feuermachen im Wald ist für Besucher verboten. Ebenso dürfen Spaziergänger keine brennenden oder klimmenden Gegenstände wie beispielsweise Zigaretten wegwerfen. In Zeiten besonderer Brandgefahr verbietet die Behörde jegliches Feuerentzünden sowie das Rauchen im Wald und dessen Gefährdungsbereich. Ein derartiges Verbot trifft dann selbst den Waldbesitzer. Während der Sommermonate gibt es in den meisten Bezirken derartige Waldbrandschutzverordnungen. Die meisten Geh- und Verbote gelten auch ohne spezielle Hinweistafeln. Um das Bewusstsein dafür bei den Erholungssuchenden zu steigern, möchte ich Ihnen dennoch diese neue kostengünstige Informationstafel wärmstens ans Herz legen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.